So, wie ihr seht, wir haben den Skin bzw. den Stil uns komplett freigeschaltet. So sieht die junge Dame halt komplett in Gold aus. Wir gehen natürlich trotzdem noch in den Lobby ganz schnell rein, damit wir auch sehen... Ah, guck mal wie schön! Wunderbar! Weil es ist halt wirklich ein anderes Gold. Wir haben ja das Midas Gold, aber das Gold hier ist wirklich komplett anders. So, wir gehen direkt rein in eine Runde. Ich will halt wirklich sehen, wie das Ganze in Bewegung aussieht. Ich hoffe, der ein oder andere auch von euch, wenn ihr mich gerne unterstützen wollt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, weil ich halt wieder alle Aufgaben für euch hochlade, alle Informationen, die ich so finde, im schönen Internet. Und mal gucken, wie das Ganze jetzt aussieht. Creator-Code, ja, ist auch vorhanden. Yt-Family-Hack. Jetzt will ich aber erst wissen, wie der Skin aussieht. Und dann nachher schön noch ein bisschen Rette die Welt, noch ein paar Rebugs einsammeln. Oha! Oh, der Skin sieht nice aus. In Gold, definitiv. Definitiv. Da haben sich die V-Bugs doch mal gelohnt, weil ich hab auch die Level gebraucht. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß dabei. Noch habt ihr die Chance, euch das Ganze zu holen, solange die Season noch läuft, ist es genau erhältlich. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.